Einen noch. Ja also da über die Eisenbahnschienen abzukürzen ist nicht so gut. Ne. Jetzt startet Olli von hinten. Ja. 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 Mist, geflogen. Der ist gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Ja, 59. Ne. Zweimal noch. Ja, und dann noch ein bisschen Windschatten dazu. Aber es ist gut, oder? Jo. Ja, und dann noch ein bisschen Windschatten. Ja, und dann noch ein bisschen Windschatten. Ja, und dann noch ein bisschen Windschatten.